Way down in Missouri, where I heard this melody, the old folks were humming, the banjos were strumming, so sweet and low. Mike Satterfield, A1 Bonds. Und was wollen Sie? Wir haben für Jess Abdolly die Kanzion gestellt und er hat sich verdrückt. Der drückt sich nicht. Jess Abdolly hat alles überschrieben. Wenn er nicht zur Verhandlung erscheint, dann ist die Kohle weg und ihr werdet euer Haus verlieren. Könnt ihr irgendwo unterkommen? Ich finde ihn. Ich habe ihn überall gesucht. Ich sagte, ich finde ihn. Ich habe mitgekriegt, dass der Sheriff Jess Abdolly sucht. Weißt du, wo er ist? Auch wenn ich was wüsste, würde ich es nicht sagen. Ich muss Dad finden und dafür sorgen, dass er zur Verhandlung geht. Das lässt du schön bleiben. Dad ist dein einziger Bruder. Ich weiß nicht, wo er ist und ich werde auch nicht rumlaufen und nach ihm fragen. Na, wer bist du denn? Ich bin Rhi. Mein Dad ist Jess Abdolly. Bist du etwa hier, um Ärger zu machen? Ich muss wirklich dringend mit Sam reden. Nein, Zeugen kann er gar nicht gebrauchen. Wie lange dauert es noch, bis wir von unserem Hof verjagt werden? Na ja, ich würde sagen, so ungefähr eine Woche. Wir haben Jessabs Auto gefunden. Jemand hat es in Brand gesetzt. Das Meer war nicht drin. Eine Menge Leute sagen, du sollst besser deine Klappe halten und du solltest darauf hören. Raus aus der Karre und ich will deine Hände sehen. Ist unsere Zeit jetzt gekommen? Es gibt einen Haufen Dinge, vor denen du keine Angst mehr haben kannst. Lass es los! Lass meine Schwester! Geh in den Chaos! Wir haben dich gewarnt, aber du hast nicht auf uns gehört. Wieso hast du nicht gehört? Wieso hast du nicht gehört?